Ja, ich bin der Sepp, da sitzt jetzt die Lara neben mir, statt der Julia, wie das letzte Mal. Wir haben heute auch die Rollen getauscht, ich lese jetzt nicht stur die Fragen aus dem Pad vor. Das macht jetzt die Lara, oder nicht stur, sondern natürlich wundervoll. Und zwischen uns sitzt der Thumai, und Thumai ist hessischer Landesvorsitzender der Piratenpartei und möchte es weiter bleiben, werden, wie auch immer, und kandidiert. Und ja, dann legen wir doch einfach mal los, Thumai. Erzähl doch mal was über dich, vielleicht auch so ein bisschen, wir hatten das schon beim Jürgen, was Piratiges, Privates, was du meinst, was vielleicht jemanden interessiert oder auch nicht, oder was du preisgeben möchtest irgendwie. Fang doch mal ein bisschen an. Ja, also ich bin der Thumai Karolai Asad. Thumai ist der Vorname, der Rest der Nachname. Manche kürzen gerne mich entweder auf Asad oder auf Karolai, aber das gehört zusammen. Ich bin 37 Jahre alt, bin zu den Piraten gekommen, weil ich was in der politischen Landschaft verändern möchte und fand das Ganze ein recht spannendes Projekt. Was ich nicht möchte, ist die gleiche Politik weitermachen, wie wir sie im Moment haben. Und ja, das war im Grunde genommen die Motivation, da zuzukommen. Natürlich gab es da noch ein paar andere Hintergründe, privater Natur. Ich bin Vater von einer jetzt 16,5-jährigen Tochter und habe den Anlass damals genommen, als die Zensursolar-Debatte war, mich zu fragen, naja, was möchte ich meiner Tochter für eine Zukunft bieten und sehe mich da auch in der Verantwortung als Vater. Und da ich nicht vorhabe, dass sie eine Zukunft bekommt, die mit Meinungsfreiheit, Einschränkungen oder Zensur einhergeht, war für mich der Punkt gewesen, politisch aktiv zu werden und letzten Endes auch aufzustehen, also gegen das System in Anführungszeichen. Ja, das ist so ein bisschen über mich und die Motivation, zu den Piraten gekommen zu sein. Okay. Hast du eine politische Vorgeschichte? Nee, ich bin eigentlich total unpolitisch und das Einzige, was ich bin, ist, also in Bezug auf politische Vorgeschichte, in meiner Freizeit bin ich, ja, Shooter-Spieler, also die Spiele, die auch im Rahmen des Wahlkampfes 2009 zum Anlass genommen wurden, wurde auf eine Gruppe, die keine Lobby hat, sozusagen zu gehen. Damals war die sogenannte Killerspiel-Debatte am Laufen und da haben sich halt auch die Leute, die diese Spiele spielen, ziemlich diffamiert gefühlt und da gab es auch Demos, auf die ich dann gegangen bin in Karlsruhe und, wo war es noch? Ich glaube Berlin, weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall bin ich da auch gewesen und, ja, das hat mich sozusagen politisiert und dann gab es, wie gesagt, die Zensursolar-Debatte und das war dann so der Startschuss dann. Ja. Und sonst irgendwelche Vereine, Organisationen? Nee, also ich unterstütze mittlerweile Ärzte ohne Grenzen, weil ich das gut finde, dass sich halt Leute einsetzen für andere. Ich unterstütze Avaas und Lobby, Control und Kompakt, aber das sind dann eher so in Form von mal einer Spende, aber jetzt nicht, dass ich da irgendwas aktiv mache. Okay. Bist du Mitglied im ADAC? Nee. Okay. Dann ist da noch eine Frage im Chat und zwar, ist deine Tochter auch Piratin? Die ist mittlerweile nicht mehr so Piratin-mäßig unterwegs. Sie ist eher, sie hasst so ein bisschen die Piraten, weil sie einen hohen Preis zu zahlen hat, nämlich Zeit, die sie mit mir verbringt, die ich im Moment für die Piraten verbringe. Und wenn ich sie auf Piraten anspreche, ist sie eher am Abwinken und, ja. Und kommt nicht gerne mit? Nee, also da ist sie im Moment, es kommt vielleicht noch ein bisschen Pubertät dazu, aber im Moment ist sie eher auf Aversie. Okay. Dann passt dazu direkt die Frage, hast du Zeit für Vorstandsarbeit? Wenn ich keine Zeit gehabt hätte, würde ich die nicht tun. Also ich habe die Zeit, beziehungsweise ich nehme sie mir. Also es ist eine Frage der Priorisierung der Aufgaben, der Interessen, die man hat. Für mich ist das, was mit den Piraten, was ich mit denen verbinde, so wichtig, dass ich alles andere im Moment hinten anstelle, mit Ausnahme meiner Tochter, die, soweit es geht, halt Zeit bekommt. Aber natürlich gibt es da durchaus auch Konflikte. Gestern Abend zum Beispiel, wo ich auf den Stammtisch einer Mücke wollte, aber meine Tochter mich gebeten hat, vielleicht doch da zu sein. Und dann habe ich das abgeblasen. Okay. Welche Ämter hattest du in der Partei schon inne? Und was hast du generell bisher in der Piratenpartei gemacht? Also ich bin vor dem Amt des Landesvorsitzenden Kreisvorsitzender gewesen, anderthalb Jahre im Kreisverband Marburg-Biedenkopf. Und habe, ja, was habe ich gemacht? Ich habe an Demos mitgemacht, habe auch mitorganisiert. Ich habe mich an offenen Briefen beteiligt, also habe Infostände gemacht, habe plakatiert, also alles, was so an Aufgaben anstand. Also ich bin niemand, der sich vor der Arbeit drückt, aber ich schaue, wo ich mich einbringen kann und unterstütze, wo es geht. Dann die nächste Frage ist sehr philosophisch. Glaubst du, dass deine Wahrheit die alleinige ist oder lässt du auch weiteres zu? Also ich glaube definitiv nicht, dass meine Wahrheit die einzig wahre ist, sondern ich habe ein sehr großes Interesse daran, zu erfahren, was andere über Dinge denken. und, ja, und liegt vielleicht auch in meinem Naturell, dass ich eher jemand bin, der versucht zu, ja, also ein Gesamtbild aus der Perspektive möglichst vieler zu gestalten. Und ich halte überhaupt nichts davon, also Alleingänge zu machen. Also ich bin, also ich frage viel und versuche auch da Feedback zu bekommen, weil ich halt am Ende eine Lösung haben möchte, die möglichst im Interesse aller, der davon Betroffenen sind, bekommen. Wer sind deine politischen Vorbilder? Politische Vorbilder? Also, ich habe keine politischen Vorbilder, weil mein Problem, wie gesagt, ist, ich habe vorher, also vor 2009 eigentlich mit der Politik gar nicht so richtig was am Hut gehabt. Ich habe eher, sagen wir mal, philosophische Vorbilder im Sinne von, das gefällt mir, was sie gemacht haben, da kann ich halt Mahatma Gandhi nur nennen. Deswegen hatte ich den damals auch auf dem Neujahrsempfang eingebaut gehabt in der Rede. Und, ja, also ich, ansonsten, ja, ist, also Politik für mich an der Stelle nicht jetzt, also ich habe da niemanden jetzt, in dem ich es... Dem du nacheiferst? Nee, überhaupt nicht. Okay. Welches politische Konzept sagt ihr eher zu? Integration und Anpassung an den Politikbetrieb oder beobachtende, kontrollierende und unabhängige Arbeit? Weder noch, weil die beide für mich sehr extrem sind. Also, was ich mir, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, ich bin jetzt zu den Piraten speziell gegangen, weil ich was verändern möchte. Das heißt, die erste Frage ist an der Stelle nicht, sich anpassen, sondern verändern. Und idealerweise so verändern, dass möglichst viele mitmachen, aber eben nicht im kontrollierenden Sinne, sondern möglichst viel Freiheit und motivieren und integrieren auch. Deswegen kann ich jetzt mit der einen oder der anderen Frage nicht so viel, also der würde ich jetzt beiden, da würde ich beiden nicht beipflichten wollen. Okay. Also, dann würde ich eher sagen, keine von beiden. Dann noch zur Integration. Also, seit Monaten gehen Klümmelvorwürfe durch den LV. Glaubst du, dass in Hessen über das normale soziale Maß heraus geklümmelt wird? Dafür würde ich jetzt erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen, sich erstmal zu vergegenwärtigen, was heißt eigentlich Klümmel? Ich habe prinzipiell überhaupt kein Problem damit, dass Menschen sich finden und an einer Sache gemeinsam arbeiten und die voranbringen wollen und dass idealerweise das auch noch gute Stimmung bringt, dass die gerne zusammenarbeiten, weil mit Spaß lassen sich viel mehr Dinge bewegen. Es wird dann für mich schwierig, wenn aus diesem man hat Spaß miteinander, wenn das dazu führt, dass man sagt so nach dem Motto weißt du was, hier mit dir, wir arbeiten auch so toll zusammen, wir rocken jetzt mal den Landesverband und wir machen jetzt mal unsere Vorstellung von dem Landesverband und die verfolgen wir und die setzen wir um. Und in dem Moment, wo es nicht mehr darum geht, andere mitzunehmen und zu fragen, was halten denn die anderen davon, dann bekommt das Ganze für mich, ich sage jetzt mal Schlagseite. Und ich glaube, das ist das, was andere auch unter Klümmel verstehen, wenn die das Gefühl haben, die werden eigentlich gar nicht mehr mitgenommen, sondern da gibt es halt eine Gruppe von Menschen, weil die sich so gut vielleicht verstehen, was ich denen absolut gönne, aber die machen so ihr Ding. Und an der Stelle, ich bin nicht überall und kann nicht das aus erster Hand, jetzt aus eigenem Empfinden heraus beurteilen. Aber ich beobachte schon, dass es Gruppen gibt von Leuten, die sich sehr gut verstehen und ich kann ehrlich gesagt nicht abschätzen, wie weit die ihr Ding machen wollen. Und an der Stelle, ich will nicht sagen, dass es Klüngel in dem Sinne, aber ich glaube, dass es den Leuten teilweise gar nicht bewusst ist, was sie tun, wenn sie andere nicht mitnehmen. Und das ist eigentlich das größte Problem, was wir im Moment meines Erachtens im Landesverband haben, dass wir ein bisschen drohen zu zerfallen und jeder macht sein Ding. Also du glaubst, das gibt es momentan im LV in der Form? Was ist es für dich? Sind es die Einzelgruppen, die isoliert vor sich hin arbeiten und nicht mehr irgendwie versuchen, Basis zu greifen, weitere Leute zu integrieren oder irgendwas, sondern irgendwie als Projektgruppe arbeiten? Ist das ein Problem für dich? Im Moment würde ich nicht sagen, dass es ein Klüngel, weil ich es im Moment nicht wirklich beurteilen kann. Aber ich kann nur sagen, ich sehe im Moment die echte Gefahr, dass wir uns verlieren. Also dass die Gruppen, die es gibt, dass die ihr Ding machen. Aber ich würde nicht so weit gehen und würde es als Klüngel jetzt bezeichnen wollen. Weil mir da an der Stelle einfach der unmittelbare Einblick fehlt. Aber was ich wahrnehme ist, es gibt Gruppen, die ihre Vorstellungen vom Landesverband haben und diese Vorstellungen versuchen umzusetzen. Und an der Stelle eben nicht mehr so das, was uns ursprünglich eigentlich stark gemacht hat, nämlich das Gemeinsame, die Zusammenarbeit, das Mitnehmen, auch mal über eigene Kreisverbandsgrenzen gehen. Nicht nur zu Kreisverbänden, die man mag, sondern auch zu denen, wo man das Gefühl hat, da läuft vielleicht gerade nicht so viel oder die haben Probleme. Und aus der anderen Perspektive heraus, wenn Leute irgendwie in so einem Kreisverband sind, die dann vielleicht sehen, bei den einen funktioniert es gut, bei uns nicht so gut und die laufen den anderen weg. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich persönlich würde jetzt nicht sagen, es ist Klüngel. Okay, aber es ist für dich ein Vernetzungsproblem dann in irgendeiner Form auch. Ich meine, also das, was mir aufgefallen ist, ich meine, ich kam aus NRW nach Hessen und da ist mir aufgefallen, es gibt die ganzen einzelnen Kreisverbände. Und so wie man teilweise nicht über Landesverbandsgrenzen guckt, ist es in den Kreisverbänden schon, dass diese Kreisverbandsgrenzen eigentlich schon nicht überschritten werden. Und man so da in seinem Biotop bleibt irgendwie. Aber das ist ja jetzt nichts per se Bösartiges oder irgendwie was. Genau, das will ich denen überhaupt nicht unterstellen, dass es bösartig ist und dass es mit einer bösen Absicht ist. Aber wenn man von außen drauf guckt, wie du jetzt ja selber sagst, du kommst von NRW rein, hast erstmal nicht so die Hintergründe und nimmst den ersten Moment wahr. Und da kann man schon von außen den Eindruck vielleicht bekommen, da sind halt jetzt Leute in einem Kreisverband, die verstehen sich gut, die machen ihr Ding. Und für außen betrachtet können wir das jetzt als Klüngel verstehen, weil die halt ihr Ding machen. Aber also ich kann nicht sagen, ja. Und ich würde nicht sagen, dass es ein normales Maß ist. Es geht für mich schon über ein normales Maß hinaus, weil an der Stelle halte ich jeden für sich selbst in der Verantwortung, nochmal nach links und nach rechts zu gucken, was auch noch da ist und die anderen eben mitzunehmen. Wenn man das nicht macht, dann kann es sehr schnell passieren, dass andere das eben als die isolieren sich, die machen ihr Ding und die Überschrift Klüngel bekommt. Im Klett war noch die Frage, Gruppen von Leuten, die ihr Ding machen, die sollst du bitte mal genauer benennen. Es gibt verschiedene Gruppen. Also mir geht es gar nicht so, wie soll ich sagen, ich gehe jetzt mal zum Beispiel nach Kassel. Da gibt es eine Gruppe von Leuten, nämlich der KV Kassel. Sag ich jetzt mal, auf dein Beispiel jetzt mal, du kommst von NRW, du siehst den Kreisverband und die Leute gucken nicht über die Grenzen des Kreisverbandes hinaus. Ich sage jetzt mal, der KV Kassel hat in der Vergangenheit mehr Kontakt nach außen gehalten. Im Moment haben die den Kontakt so ein bisschen, habe ich den Eindruck, nach außen verloren. Da gibt es vielleicht Gründe, wie das jetzt sich verstärkt in der Kommunalpolitik engagieren. Und jetzt könnte man von außen denken, naja, super, die machen jetzt ihr Ding. Ja, natürlich, also ich unterstelle jetzt mal die Frage, zielt darauf ab, dass ich jetzt sowas wie der Stammtisch Höchst nenne. Das ist schon klar, weil der jetzt die ganze Zeit in den Konflikten genannt wird. Aber es geht nicht um den Stammtisch Höchst, sondern es geht darum, um eine Haltung, für mich jedenfalls, die wir alle in Hessen haben. Und da gebe ich dir recht, das ist im Moment leider so, dass ich den Eindruck habe, auch die Kreisverbände isolieren sich im Moment ein bisschen. Es gibt wieder Bestrebungen, das ein bisschen aufzulockern und wieder mehr zu vernetzen. Aber ich kann an der Stelle nicht für die anderen reden, warum das nicht so ist. Okay, vernetzen ist so ein Thema, so ein Punkt, den wir öfter schon angesprochen hatten. Da ging es beim Stefan drum, AGs und AKs mit zu vernetzen, wo Julia sich danach bedankt hat für die freundliche Bewerbung zum politischen Geschäftsführer. Der Punkt ist, Jürgen meinte, er würde auch gerne mehr Vernetzung sehen, aber er selber sei nicht derjenige, der das irgendwie vorantreiben könnte. Von dem, was Jürgen erzählt hat, seid ihr beiden euch wahrscheinlich sowieso relativ ähnlich, sage ich mal, in dem, wie ihr Vorstandsarbeit seht, voranbringen wollt. Hast du aber Ideen für Vernetzung, wie du sowas verbessern kannst? Ich meine, von Judith ist das als Gänseck ja mal angestoßen worden, als sie angefangen hat irgendwie. Also wir haben, als wir letztes Jahr gestartet sind, eine ganze Reihe von Initiativen gestartet. Das war die Geschichte mit dem Neujahrsempfang, die Hessen-Campi. Wir haben AGs auch gestartet. Ich meine, allein, dass du jetzt den AK Bildung gestartet hast, das war ja auch, weil du erkannt hast, das ist ein wichtiges Thema für Hessen oder überhaupt. Und ich habe das auch versucht zu begleiten, deswegen war ich ja auch dabei. Ich habe Leute versucht zu motivieren, da mitzumachen. Ja, also ich denke, ohne das Zutun wäre da, glaube ich, auch weniger gelaufen, auf jeden Fall. Mir geht es gar nicht, ob ich jetzt was, also wie viel ich dazu getan habe, sondern mir geht es darum, wir haben als Vorstand an verschiedenen Ecken versucht, auch das, ich sage mal, anzuregen. Da an der Stelle freut mich halt eigentlich, oder hat es mich gefreut, was der Hessen-Campus erst mal so bewegt hat, weil da ist unheimlich viel auch Engagement entstanden. Wir haben mehr Arbeitskreise wie vor einem Jahr. Allerdings muss man auch sagen, die sind wieder eingeschlafen. Und das ist halt jetzt genau die Frage. Warum fallen die Leute wieder sozusagen in ihre alten Verhaltensweisen zurück? Und an der Stelle, für mich, wir sind eine Mitmachpartei. Und Mitmachpartei heißt, wir machen alle mit. Und es ist nicht der, in meinen Augen, der Vorstand, der jetzt den Vortänzer spielt und überall hingeht und sagt, du musst jetzt was machen. Oder ich als Vorstand mache jetzt was und verheize mich dabei, weil es gibt so viel Arbeit an allen möglichen Ecken und Enden. Und wenn wir nicht, also ich glaube, dass an der Stelle auch Spaß ein ganz wesentlicher Faktor ist, der in der Vergangenheit mehr vorhanden war. Und die Leute dadurch viel stärker Spaß hatten und mitgemacht haben. Diesen Spaß, den haben wir, glaube ich, ein bisschen verloren. Wir sind viel, viel ernsthafter geworden. Und ich glaube, dass durch die Ernsthaftigkeit auch so eine teilweise verbissene Haltung entstanden ist, wenn man teilweise auf der Mailing-Liste liest, wie zu Themen diskutiert wird, mit welchen Ellenbogen und Argumenten. Das verdirbt den Spaß. Und dann ziehen die Leute sich zurück. Und ich glaube, dass das eigentlich der Punkt ist. Das haben wir eben, wie gesagt, auch mit verschiedenen Aktionen versucht, Spaß zu generieren. Aber das kann man nicht aufoktroyieren. Die Leute müssen von sich aus halt mitmachen und auch natürlich einen Sinn darin sehen. Und an der Stelle, das sehe ich halt jetzt auch im Grunde genommen für die nächste Amtszeit als ein Schwerpunkt dafür zu sorgen, dass wieder mehr Spaß reinkommt, dass wieder mehr Miteinander entsteht. Und ich glaube, der Rest, der kommt automatisch dann. Also ich sehe das auch ein bisschen wie so ein Immunsystem. Irgendwo in Hessen ist sozusagen ein Infektionsherd, irgendein Thema, was hochkocht. Und die informieren die anderen und die machen dann mit. Und so, dass dann sozusagen der gesamte Körper, der Landesverband, sich auf das Thema dann auch einlässt. Also jetzt Opt-out zum Beispiel oder Index ist das nächste Thema, wo ich der Meinung bin, dass wir eigentlich als Gesamthessen viel, viel stärker was machen sollten. Aber das kann nicht in meinen Augen Aufgabe des Vorstands sein, alleine dafür zu sorgen, dass jetzt Aktivität entsteht. Also ich glaube damit, mit dieser Erwartungshaltung überfordert man den Vorstand und letzten Endes ist Enttäuschung vorprogrammiert. Weil es nicht machbar ist. Weil wir machen das alle ehrenamtlich. Das muss man sich auch vor Augen halten. Zeit ist das wichtigste Gut, was wir haben. Und es ist sehr begrenzt. Sorry, ich rede viel. Ach so, nee, passt schon. Aber gerade so ehrenamtlich eine Frage. Schwebt die Ausbildungsversammlung und die lukrativen Mandate dermaßen bei der Partei, dass Neid, Missgunst und Argwohnen uns leben? Erstens kann ich nicht für die anderen sprechen. Ich kann nur sagen, jeder sollte sich vor Augen mal führen, was es bedeutet, ein Mandat zu übernehmen. Das ist aus meiner Sicht ein Fulltime-Job, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche ohne Urlaubsanspruch ist, weil Politik läuft permanent. Sobald wir unsere Kanäle, Informationskanäle aufmachen, werden wir mit allen möglichen Anknüpfungsstellen bombardiert. Ja, also wir können, ich habe ja zum Beispiel die Bundeswahlgesetz, das ist doch eine AG oder eine AK. Bundeswahlgesetzgruppe. Genau, diesen AK-Bundeswahlgesetz halt initiiert, weil ich der Meinung war, nachdem das jetzt von Karlsruhe einkassiert wurde, du hattest freundlicherweise letztes Jahr diese Podiumsdiskussion gehabt. Da war der Xander Dorn, der diesen Vorschlag gemacht hat, den du dann auch jetzt... Genau, den ich da angespitzt hatte und der das freundlicherweise auch wieder aufgegriffen hat. Das sind genau so Sachen. Also wir könnten jederzeit machen und ja, von daher, ich habe jetzt leider ein bisschen den Faden verloren. Kannst du die Fragen haben? Also solange man kein Mandat hat, wollte ich sagen, kann man aufhören, hat man Freizeit auch noch. Genau, deswegen habe ich für mich ganz klar gesagt, ich kann diese Bürde nicht, bin ich nicht bereit zu übernehmen, weil es mir zu viel ist. Also einfach, ich habe vor jedem Respekt, der bereit ist, das zu tun. Dieser Neid und Missgunst, das war ja die Frage. Aber vor den lukrativen Mandaten, nicht vor den Mandaten generell. Ja, was ist lukrativ? Also wenn man nur aufs Geld spielt, dann frage ich mich, ist Geld alles? Ja, also kann Geld Zeit ersetzen, mit Sicherheit nicht. Und also wenn jemand bereit ist, sich in den Dienst von den Piraten und deren Zielen zu stellen und die Piraten haben verdammt hohen Anspruch an ihre Mandatsträger. Das habe ich gesehen, als wir jetzt hier in Marburg unsere Mandatsträger mit denen zusammengearbeitet haben oder versucht haben zusammenzuarbeiten. Wir hatten jetzt leider in unserem Stadtparlament jemanden gehabt, der hatte unseren Anspruch offenbar, der hat einen eigenen Anspruch gehabt und der ist an dem, glaube ich, gescheitert, würde ich jetzt sagen. Jeder, der sich in ein, egal ob das Bundestagsmandat oder Landtagsmandat oder Kommunalmandat ist, der sich da bereit ist, reinzusetzen, das ist ein Wespennest. Ja, und das ist verdammt viel Arbeit und wir sollten eigentlich uns, wir sollten froh sein, dass es Leute gibt, die bereit sind, diese Arbeit zu übernehmen. Aber wir sollten natürlich auch genau hingucken, wem wir diese Aufgabe übertragen, weil dieses Mandat hat verdammt viel Verantwortung. Und was ich, wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn es darum geht, wenn Leute, ich glaube, dass das eigentlich das Kernproblem ist, wenn Leute kommen zu den Piraten, sagen, hey, ich bin bereit, Mandat zu übernehmen. Und man merkt relativ schnell, ob jemand, ich sage jetzt mal, piratisch unterwegs ist oder nicht. Und in dem Moment, wo jemand nicht piratisch unterwegs ist und jemand sagt, ich bin bereit, jetzt das zu machen, ich glaube, dass das halt auch, ja, einfach so eine Abwehrreaktion schürt und die Leute total, ja, skeptisch sind und auch deswegen sagen, nee, du nicht, ja, oder wir trauen das dir nicht zu. Und es gibt vielleicht auch ganz viele Leute, die sagen, die halten sich als die geeignetsten, ja, und die sind vielleicht nicht bereit, auch anderen zu vertrauen, weil sie sie vielleicht nicht kennen oder zu wenig kennen oder eine bestimmte Schublade haben, in dem sie Leute drin haben. Ja. Und dann, ja. Dazu ist noch eine Frage hier im Chat, und zwar, wenn man ein Mandat hat, dient man dann dem Souverän oder der Partei? Also man ist mit einem Mandat erstmal ganz klar, also in dem Dienst des Volkes hat man sich gestellt, aber jeder, der ein Mandat, also ich sage mal, sich für eine Partei, für ein Mandat aufstellt, der vertritt eine bestimmte Haltung und eine Sichtweise. Und man, also ich behaupte mal, keiner geht zu den Piraten mit einer Haltung von der CDU oder sowas, ja, und also die Leute, geben ja ihre Stimme einer Haltung in meinen Augen, ja, wenn sie sagen, wir wählen jetzt die Piraten, dann nehmen sie die Piraten, weil die Piraten für etwas stehen, für bestimmte Dinge. Und natürlich verbinden sie dann auch die Mandatsträger mit dieser Haltung. Und das ist zum Beispiel bei uns passiert in Marburg, ja, da hatten wir halt jemanden gehabt, der diese Haltung der Piraten offenbar nicht so drin hatte, ja. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo wir echt, da scheiden sich die Geister letzten Endes, ja, dass der eine sagt, der eine ist Piratiker wie der andere oder auch nicht. Aber siehst du momentan in dem Punkt, dass wir diese Missgunstdebatte momentan haben, dass schon die Leute alle in den Startlöchern sitzen für, ich will ein Mandat machen oder ich will den im Mandat sehen und auf der Liste sehen? Ja gut, es gibt diese Liste mit den Interessenten für Mandate. Das heißt, die Debatte ist ganz klar schon dadurch angestoßen, dass sich Leute hingestellt haben und gesagt haben, ich wäre bereit dafür. Jetzt gibt es dann natürlich, also allein dadurch gibt es dann Diskussionen oder wird Diskussion angestoßen, weil dann andere wiederum sagen, naja, aus den und den Gründen halten wir den und den vielleicht nicht dafür geeignet, ja. Und es gab ja verschiedene Versuche über Abgeordnetenkodex, über was der Nippelhase damals gesammelt hatte, ja, was sind unsere Erwartungen an Mandatsträger. Und ich glaube, dass das eigentlich eine wichtige Diskussion ist, die wir noch nicht so, also die ist mal kurz hochgeflammt, aber ist wieder eingeschlafen. Und ich glaube, dass wir da gut dran täten, wenn wir das nochmal aufgreifen und uns wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen, nicht weil wir irgendjemandem das Mandat nicht gönnen, sondern dass wir uns alle so ein bisschen nivellieren, was haben wir denn eigentlich für eine Erwartungshaltung? Ich glaube nämlich, dass das der Punkt ist, die Erwartungshaltung an Vorstand, an Mandatsträger, an den Landesverband, an die Piraten. Wenn jeder für sich mit seiner Vorstellung da sitzt, aber nicht jemand anderem davon sagt, dann weiß er es nicht. Und dann kann er nicht sagen, aber ich habe eine andere Vorstellung, eine andere Erwartung und dadurch gibt es dann, wenn das dann in der Umsetzung ist, unter Umständen ganz schnell Knatsch, weil der eine sagt, ja, aber ich habe doch was ganz anderes erwartet und du hast jetzt meine Erwartung nicht erfüllt. Deswegen tun wir gut, jetzt die Diskussion zu haben und damit wir da möglichst alle mitnehmen und alle nachher wissen, okay, wir als Landesverband Hessen erwarten das und das von unseren Mandatsträgern. Die Mandatsträger, die Potenziellen, haben die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, bin ich überhaupt bereit, das zu leisten? Weil, wenn jetzt angenommen du wärst oder du wärst Mandatsträgerin oder potenzielle Mandatsträgerin und jetzt komme ich her und sage, also ich möchte, dass du mir täglich einen Bericht gibst, mit wem du dich getroffen hast. Ich möchte, bevor du abstimmst, wissen, was gibt es für Anträge. Ich möchte wissen, wie du überhaupt abstimmen würdest, warum, weshalb, deswegen. Und irgendwann denkst du dir, ne, das ist mir zu viel, kann ich nicht. Und dann kann man aber auch das sagen und dann können die anderen sagen, entweder die kommen auf einen Punkt, wo sie sagen, okay, vielleicht haben wir auch einen Überanspruch, wir müssen da vielleicht ein bisschen runtergehen. Oder die sagen, ne, das ist uns so wichtig, da bleiben wir drauf beharren. Und du sagst dann, okay, Leute, unter den Bedingungen lieber nicht, weil ich weiß jetzt schon, das würde Schiffbruch geben. Was sind denn piratige Werte für dich? Piratige Werte sind für mich, dass man Wissen teilt, dass man andere mitnimmt, dass man dieses Thema Allmende, dass man also wirklich, ich sag mal, nicht egoistisch ist, sondern sich mitteilt, egal ob das Wissen ist, ob das auch, ich sag jetzt mal, materielle Dinge sind in Form von Spendenbereitschaft, ja, für gute Dinge. Also zum Beispiel Landesparteitag jetzt in Frankenau, äh, Frankenberg. Du hast gesagt, du bist bereit, einen Stream zu machen und dafür werfe ich jetzt Geld in den Topf, ja. Nee, der No-Rap wirft Geld in den Topf, ich nicht. Okay, aber das sind dann, sorry dann, aber, 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 okay, dann meinetwegen für den Landesparteitag, für den Landesgeschäftsstelle, ich halte das für eine gute Sache und gebe da was dazu. Ansonsten, also, es hat ganz viel mit Werten zu tun im Sinne von, ich sag mal, also Humanität auch, ja, also, weil ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft dermaßen, ja, egoistisch geworden ist und kalt, ja, und piratisch ist für mich halt auch wirklich mehr Gemeinschaft, auch mehr Soziales und, ja, und das Piratige als, sag ich mal, Synonym dafür, also ich habe mit den Piraten einfach die Erfahrung gemacht, dass da ganz viele Leute dabei sind, die eben gerne teilen, ja, die, sei es Informationen, sei es andere Dinge, die, also wirklich ein Gemeinschaftsgefühl steckt dahinter auch und nicht piratisch zu sein heißt für mich eben, ja, eher egoistisch unterwegs sein, auch seine persönlichen Vorteile bedacht sein, opportun sein, den Weg des geringsten Widerstandes gehen und solche Sachen. Okay, eine Frage hier aus dem Chat, ist es nicht auch zulässig, dass Mitglieder nur durch ihren Mitgliedsbeitrag unterstützen? Ich weiß nicht, ob ich da was Gegenteiliges gesagt habe, weil, also, selbstverständlich, also, wenn jemand die Piratenidee unterstützen möchte und sagt, also, ich kann oder möchte aus bestimmten Gründen nicht mehr machen, dann ist das auch eine Unterstützung, ja, also, auch da wieder zu sagen, Unterstützung oder ein Pirat darf man nur sein, wenn, wenn man das macht, das macht, das macht, das ist, finde ich, sehr begrenzt in der Sichtweise, also, also, an der Stelle, wir können froh sein, dass sich Leute engagieren, egal wie, ja, sei es materiell, immateriell, also, mit Zeit, das ist das Wertvollste, finde ich, ja, das übersteigt einfach noch das Finanzielle, aber ich sage nicht, dass es deswegen nicht wertvoll ist, ja, aber wenn uns nicht hilft. Ja. Und planst du für Mandate zu kandidieren? Nein, nein, das ist mir eine zu große Bürde im Moment, also, weil ich sehe mich in erster Linie als Vater, also, ich habe da eine Aufgabe, der ich gerecht werden möchte und das, was ich im Moment an Zeit investiere, ist für mich das Maximum, weil, also, ich unterstütze jeden Mandatsträger gerne, aber nicht, also, ich persönlich kann mir das jetzt erstmal nicht vorstellen so. Okay. Dann mal zu Fragen zur Kandidatur. Was hat dich bewogen, für den Landesvorstand zu kandidieren? Also, wenn ich ehrlich bin, wollte ich eigentlich nicht nochmal kandidieren. Der Punkt war, dass ich mich, also, ich bin eigentlich ein, ich sage jetzt mal ein Macher, so würde ich mich eigentlich schon sehen und möchte gerne Sachen bewegen und nach vorne bringen. Dieses Jahr mit der Kandidatur oder mit dem Amt des Vorsitzenden hat mich, ich meine, also, gefühlt kalt gestellt, also, bezüglich aktiver, also, richtig mitmachen, ja, sich reinstürzen ins Getümmel, Sachen organisieren und zwar so, also, auf Dinge gehen, die ich für mich für wichtig halte. Als Amtsträger ist man, also, jedenfalls, so wie ich es verstehe, ja, ich sage jetzt mal Angestellter der Basis und die Basis bestimmt, wo es lang geht und, ja, und damit ist man auch ein Stück weit fremdbestimmt. Und als ich mit Leuten darüber gesprochen hatte, dass ich halt eben das Gefühl hatte, ja, politisch kaltgestellt zu sein und deswegen nicht nochmal antreten zu wollen, haben die mir halt gesagt, nee, wir finden das halt gut, wie du das bisher gemacht hattest und wir würden es gut finden, wenn du das vielleicht nochmal weitermachst, vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund des kommenden Jahres, weil, ich sage mal, letztes Jahr bin ich auch dazu gekommen, eher so wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich jetzt nicht jemand bin, der unbedingt auf, ich sage jetzt mal, Ämtergeil ist, ja, ich brauche kein Amt, um irgendwas zu machen. Aber offenbar sehen andere durchaus auch mich in so einer Rolle als geeignet an, weil ich halt auch jemand bin, der integriert und auch moderiert und mitnimmt. Das war halt im letzten Jahr Thema gewesen, weil es da schon auch ziemliche Verwürfnisse gab innerhalb des Landesverbands und ich glaube, dass das schon so ein bisschen befriedet wurde, wobei ich natürlich jetzt nicht an, ja, wenn sich Leute nicht leiden können, dann werde ich nicht aus der Distanz daran irgendwas ändern können, dann werden die sich einfach nicht leiden können. Aber man kann vielleicht dafür sorgen, dass das nicht unbedingt jedes Mal dem anderen mit so großen Lettern nochmal mitgeteilt wird. Okay. Und ja, also von daher, also ich habe das jetzt gemacht, es ist ein Angebot an den Landesverband, nochmal das ein Jahr zu machen. Es hat mir schon Spaß gemacht, so ist es nicht, sonst würde ich da partout das nicht nochmal machen wollen. Aber, ja, also wir haben jetzt im Moment vier Kandidaten. Ich finde, in der Demokratie muss es halt auch, um eine richtige Wahl haben zu können, muss es Auswahl geben. Und an der Stelle, es gibt unterschiedliche, also, wie sagt man so, Charaktere und auch, wie sich jeder sein Amt vorstellt, es ausfüllen zu wollen. Da hat ja, ich glaube, Stefan schon einen sehr starken Kontrast zu dem, wie bisher der Vorstand funktioniert. Und von Matthias weiß ich jetzt da an der Stelle einfach zu wenig. Ich kenne jetzt nur ihn aus der Vergangenheit, aus Arbeitskreisen und so Sachen. Ich kann jetzt nicht so viel sagen, aber es ist ein Angebot und ich bin nicht traurig, wenn der Landesverband sagt, also wir wollen jemand anderes gerne machen, das machen lassen. Würdest du was anderes machen? Also wenn du nicht Landesvorsitzender wirst, würdest du stellvertretender Vorsitzender, würdest du kandidieren, würdest du eventuell einen Beisitzerjob oder irgendwas übernehmen? Würdest du weiterhin für ein anderes Amt im Vorstand zur Verfügung stehen? Das kommt für mich erstmal auf den Landesparteitag an. Also wenn die mir sozusagen mitteilen, in der, also wir würden dich gerne in einem Vorstand weiter gerne haben wollen, dann würde ich da grundsätzlich zur Verfügung stehen. Aber es kommt schon auch auf die Konstellation drauf an. Also ich würde nicht mit, also ich behaupte mal, ich kann durchaus mit jedem zusammenarbeiten prinzipiell, aber in dem Vorstand, finde ich, ist es wichtig, dass der auch im Sinne des Landesverbands arbeiten kann. Also der muss arbeitsfähig sein. Und damit er arbeitsfähig ist, müssen die, die in dem Vorstandsamt sind, also jeder kann eine andere Meinung haben, aber wenn es in so Grundverständnisse geht, wo jemand wirklich die Art und Weise, wie der Vorstand zu funktionieren hat, ganz anders unterwegs ist, dann würde ich eher sagen, also wenn die Personen dann, oder Personen sozusagen vorher gewählt wurden, dann würde ich auch sagen, ich glaube, das würde nicht so viel bringen, wenn ich da jetzt mich da reinbegebe, weil ich dann eher, ja, wie soll ich sagen, dann würde es Verwürfnisse und Reibereien innerhalb des Vorstands geben, die dann die Arbeit behindern und lähmen und das wollte ich nicht. Also ich wollte dann lieber, dass der Vorstand funktioniert, im Sinne von, die gehen dann halt in eine Richtung und es ist okay, aber nicht, dass ich da irgendwie so grundsätzlich... Aber wenn du jetzt überlegst, dass du Akzente in eine bestimmte Richtung setzt und ein Vorstand sich rauskristallisieren würde, der in eine andere Richtung geht, als du das vorhast, du hättest aber Chance, in den Vorstand reinzukommen und dann andere Akzente dort zu setzen und vielleicht Dinge ein bisschen aufzuhalten, die sich in eine Richtung bewegen oder irgendwas, die dir nicht gefällt, irgendwie wäre das eine Herausforderung für dich dann? Oder möchtest du lieber den Vorstand haben, der in sich homogen ist und weiß, wo er hin will, gemeinsam? Ja, ich glaube, dass wenn in so grundsätzlichen Anspruch an den Vorstand es wirklich eklatante unterschiedliche Auffassungen gibt und sich, ich sage mal, der größere Teil des Vorstands anders die Arbeit vorstellt, wie ich jetzt vielleicht als Einzelner. Ich meine, ein Vorstand im Moment besteht aus fünf Personen, mal unabhängig davon, ob er jetzt erweitert wird oder nicht. Aktuell ist es so. Dann werde ich als Einzelner, der vielleicht eine andere Meinung hat, nicht die Richtung beeinflussen können. Weil, also im Rahmen von Diskussionen allgemeiner Natur, glaube ich, kann man durchaus halt Akzente setzen, aber wenn es so wirklich fundamental andere Sichtweisen gibt, dann glaube ich, dann haben Leute ihre Position. Also das ist wie wenn ich jetzt zu dir sagen würde, pass mal auf, du magst eigentlich weiß und ich mag schwarz und hey, wie wäre es denn, willst du dich mal ein bisschen schwarz haben? Und du sagst, nee, weiß ist mein Ding. Also es gibt so, glaube ich, so grundsätzliche Sachen, also das hat für mich auch was mit Werte dann zu tun. Also entweder man mag es so oder so, was nicht heißen soll, dass ich nicht kompromissfähig bin. Also das, ja. Ja, warum kandidierst du gerade für dieses Amt? Das ist das Amt, was ich bisher gehabt habe und auch glaube, ganz gut ausführen zu können. Also ich sehe mich schon auch als jemand, der gut organisieren kann, der gut koordinieren kann. Ich habe keine Probleme mit den Medien, also mit Interviews, Geschichten und so weiter, also Repräsentanz nach außen. Ich sehe auch den Vorstand an sich eher als Team an und so habe ich es immer. Also ich bin eher so ein Teamplayer und möchte halt auch deswegen dann Entscheidungen in dem Team finden, weil es mir wichtig eben auch ist zu wissen, wie sehen eben andere Sachen. und ich glaube, dass wenn ich jetzt mehr in so einer sehr, also ich bin eher so ein Generalist, ich bin kein Spezialist, würde ich sagen. Und der Vorsitzende an der Stelle hat für mich eher so, ich sage jetzt mal, die Generalistenrolle. Und wenn ich jetzt angenommen Polgraf wäre, dann müsste ich mich viel stärker auch mit bestimmten Dingen, in so auf bestimmte Dinge stürzen, auch vielleicht, wo ich im Moment überhaupt keine, also ich habe zwar Ideen, aber wo ich vielleicht nicht meine Stärken drin habe. Okay. Dann, der derzeitige Vorstand agiert sehr defensiv. Was stört dich daran? Beziehungsweise siehst du deine Aufgabe weniger als Verwalter, sondern auch als Motivator und Insurter von Aktivitäten? Das ist eine Frage, die, glaube ich, eher an Stefan gerichtet war vorher. Die haben auf Jürgen gestellt und da kam die Antwort gar nicht, stört ihn daran. Aber wie ist es bei dir genau? Also, ich finde die Frage total gut, weil, ja, wir sind nach außen hin als Vorstand nicht wirklich präsent oder omnipräsent, sondern, was mir total wichtig ist, ist, dass wir als Vorstand, also wir sind kein lauter Vorstand, aber wir arbeiten Dinge ab, wir haben, das werdet ihr dann auch in dem Tätigkeitsbericht dann sehen, was wir gemacht haben, aber dieses, der stille Vorstand oder defensive Vorstand, muss man halt auch wieder gucken, was ist defensiv? Also, wir gehen zum Beispiel sehr wohl auch Dinge an, das haben wir damals gesehen, als wir Strafanzeige gegen den Innenminister gestellt haben. Also, da, wo es ankommt, packen wir sehr wohl an. Aber wir drängen uns nicht als Vorstand vor, sondern wir möchten, dass die Basis gehört wird. Ja, denn der Landesverband, wir sind, wie gesagt, Mitmachpartei, der lebt von der Basis, der lebt nicht vom Vorstand. Natürlich hat der Vorstand die Dinge, die passiert sind, zu kommunizieren oder nicht alleine zu kommunizieren, aber dafür zu sorgen, dass es rausgeht. Also, zu organisieren, dass es rausgeht in Form von auch Resumenteilung, weiß ja gar nicht was. Und von daher, also ich finde nicht, dass wir als Vorstand uns zu allen möglichen, ich sage jetzt mal, wie die Etablierten, positionieren müssen, wenn eigentlich die Basis noch gar nicht so weit ist. Also, es geht halt in dem Tempo, wie die Basis es möchte, voran. Wenn nichts kommt, und dafür haben wir zum Beispiel auch unsere Landesvorstandssitzung, damit genau diese ganzen Dinge, die passieren, kommuniziert werden, wenn nichts berichtet wird, gibt es nichts nach außen zu kommunizieren. Also, das ist, muss man sich auch selber ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Das andere war mit dem Motivator und vielleicht auch Dinge. Initiator. Genau, initiator. Aber Motivator war auch irgendwas. Ja, Motivator und Initiator. Ich glaube sehr wohl, dass wir das gemacht haben. Wir hätten nicht so etwas wie Hessen Campus, wir hätten nicht so etwas wie den Neujahrsempfang gehabt, wir hätten nicht so etwas wie, auch was ich vorhin sagte, dieses Bundeswahlgesetz, wir hätten nicht Akta gehabt, weil, das wissen vielleicht ganz wenige nur, weil wir das auch nicht an die große Glocke gegangen haben, aber, dass dieser, im Februar, ich weiß jetzt nicht mehr genau, der 8. Februar war es, oder der 9. Februar, irgendwas im Februar, als wir diese internationale Akta-Anti-Akta-Demo-Tag gemacht hatten, das ging auf eine Initiative, also diesen Tag für sämtliche Länder zu koordinieren, ging auf, ja, hört sich ein bisschen vielleicht arrogant an, aber auf mich mit zurück. Es gab zwar in Polen die einzelnen Aktionen, die sie gemacht hatten, aber das war auch nicht koordiniert. und da kam noch der Kai dazu, da kam die Kina Hasler dazu, Thomas Gaul und auch der schwarze Locke, wie heißt er, André Wolski, genau, hat noch unterstützt und aus Kassel auch, der The Origin, es gab dann ein Team, was dafür gesorgt hat, dass dieser Tag kommuniziert wurde, über Twitter in die Welt und nur dadurch haben wir diesen Tag zu so einem Erfolg gebracht. Aber wir hängen es nicht an die große Glocke, ja, und deswegen finde ich es halt süß, muss ich echt sagen, wenn dieses, also diese, wir sind ja bei Ansprüchen, ja, der Anspruch an den Vorstand, der muss alles irgendwie an die große Glocke hängen, was er gemacht hat. Nein, sehe ich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es viel wichtiger, dass die Basis ihrer Aktionen, dass die kommuniziert werden, ja, weil die Piraten, die leben nicht von Vorständen, sondern die leben von den, jeden einzelnen Piraten und ich finde es, ehrlich gesagt, vermessen zu glauben, dass die Vorstände, dass es an denen hängt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese Aktion mit Akta zum Beispiel, wenn du damit sagst, mit Kene, mit Thomas Gaul, mit anderen Leuten irgendwie zusammen, dann ist das doch eigentlich eine Aktion, die der gehemmte Tumai, sag ich mal, der Vorstandsgehemmte Tumai endlich in seiner Basistätigkeit auch macht, oder? Das ist doch gar nicht für dich dann das Vorstandsding, das sollte noch was sein, was du ganz normal einfach sagen kannst, was du als Pirat gemacht hast. Ich bin jemand, für den ist Demut sehr wichtig und ich bin niemand, der unbedingt alles, was er gemacht hat, so an die große Glocke hängen muss. Und für mich ist es wichtig, dass die Inhalte, die Themen nach vorne gehen. Ich sehe mich nicht als den Typen, der hier überall erstmal, so a la Platzhirsch, eben erstmal irgendwas zeigen und beweisen muss. Also für mich, das finde ich auch gut, wir haben ja diesen Slogan, Themen statt Köpfe. Und deswegen an der Stelle, mir ist es nicht wichtig, dass da jetzt unbedingt irgendwie mein Name in dem Zusammenhang mit erwähnt wird, sondern für mich war es ein super Erfolg, dass wir über 100.000 Leute auf der Straße hatten, weltweit. Das ist in, weiß ich nicht wie viel, über zehn, also weiß ich nicht wie viele Länder, es waren, zehn Länder, ja, es waren weit mehr als zehn Länder, aber, und dass wir Akta gekippt haben, das ist für mich wichtig. Aber das andere, das ist halt, also für mich ist halt wichtig, dass wir was voranbringen, gemeinsam. Und deswegen sind wir, ein stiller Vorstand. Okay, noch eine Frage aus dem Chat, wie wichtig ist Kontinuität für dich, äh, für die Vorstandsarbeit? Ich sage mal so, es ist, also ich glaube, dass es durchaus gut ist, Kontinuität zu haben, damit auch, ähm, ähm, steigern, äh, also sich entwickeln kann, und gesteigert werden kann, weil mit jedem, ähm, Neuanfang ist man sozusagen zurückgesetzt auf null, und man fängt wieder an, sich neu reinzuarbeiten zu müssen, verliert halt Zeit. Aber auf der anderen Seite finde ich gut, dass wir als Piratenpartei eben auch durchaus diese jährlichen Wechsel haben, denn an der Stelle setzen sich dann auch einfach vielleicht nicht so die Bedrohung zu verfilzen und Klüngel zu bilden, um das mal zu nehmen, ist dann vielleicht ein bisschen geringer. Aber das muss letzten Endes dann die Basis entscheiden, ob die jetzt es für wichtig halten, vielleicht einen Vorstand oder eine Person für bestimmte Ämter, weil sie vielleicht davon überzeugt sind und die sagen, das hat die Person gut gemacht, weiter das machen zu lassen, sofern die sich nochmal bereit erklärt, das zu machen. Oder ob sie sagen, nö, wir finden vielleicht jemand Besseres. Ja, ist ja auch legitim. Mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam nach vorne kommen und es ist wurscht egal, letzten Endes, wer es macht. Also wichtig ist, dass es gemacht wird. Ja. Wie kannst du mit Kritik umgehen? Manchmal auch persönlicher und ungerechter Kritik, also bashing. Also prinzipiell bin ich glaube ich sehr kritikfähig. Wo ich ein Problem mit habe, ist, wenn Leute ungerechtfertigt Dinge kritisieren. Ich bin, das hatte, wer dabei war vor zwei, ich glaube vor zwei, vor zwei Landesvorstandssitzungen, da bin ich mal umgehalten geworden in einer Sache. Da ging es darum, die Diskussion um den Diskriminierungsbeauftragten. Da hatten wir im Vorfeld eine Diskussion gehabt, ja, Diskriminierungsbeauftragter, ja, nein, oder Antidiskriminierungsbeauftragter, Entschuldigung. Und, naja, und dann gab es die Idee, nee, machen wir doch lieber Vertrauenspiraten, ja, ein bisschen allgemeiner. Und dann gab es eben zwei Anträge, der eine mit dem Antidiskriminierungsbeauftragter, der andere eben mit dem Vertrauenspiraten. Und nachdem wir als Vorstand gesagt haben, Antidiskriminierungsbeauftragter ist uns zu begrenzt in seinem Spektrum, Aufgabenspektrum, da gab es dann, ja, große Enttäuschungen darüber, was ich erstmal nachempfinden kann, dass jemand, dem das wichtig ist, sagt, ich finde das doof, weil mir wäre es wichtig gewesen. Aber dann wurde das so dargestellt, dass der Landesverband oder der Landesvorstand sozusagen pro Diskriminierung sei. Ja, nichts gegen Antidiskriminierung, langsam, Diskriminierung machen wollte. Und mit keiner Silbe wurde erwähnt, naja, gut, wir haben vielleicht nicht das bekommen, aber wir haben was anderes dafür bekommen. Und wenn das so, da bin ich halt dann auch, das hat mich geärgert und das habe ich auch deutlich gezeigt und gesagt. Und, also damit habe ich ein Problem, wenn es einseitig dargestellt wird. Aber ansonsten kann mir jeder sagen, auf den Kopf zu, das habe ich ja auch schon erfahren, auch auf dem letzten Landesparteitag oder auch da, wo ich gewählt wurde, ich sei zu lieb, das ist jetzt vielleicht nichts Böses oder keine, das ist Kritik, die aber auch durchaus, ja, die mich in so eine Schublade steckt. Ja, und auf der anderen Seite haben andere wiederum mitbekommen, dass ich durchaus in der Lage bin, auch nicht nur lieb zu sein, aber ich habe durchaus vielleicht eine höhere Toleranzschwelle wie andere und deswegen lasse ich Dinge vielleicht auch länger laufen, weil ich der Meinung bin, wir sind erwachsene Menschen und ich gucke erst mal, ob die anderen in der Lage sind, ihre Sachen auch selber hinzukriegen. Okay. Wie ist dein Arbeitsstil? Bist du Organisierer, Delegierer, Koordinator, Do-it-yourself, Moderator, Bestimmer oder irgendwas anderes? Ich glaube, bis auf den Do-it-yourself und Bestimmer, alles. Okay. Also es kommt auf die Aufgabe drauf an. Also es gibt nicht, ich glaube, ich bin nicht nur so oder so, sondern es kommt drauf an, was ist gerade, was liegt an und dementsprechend, also ich kann mich unterordnen, ich kann aber durchaus auch dominierend sein oder dominant sein. Es kommt einfach drauf an, also da moduliere ich. Okay. Und wie willst du Themen statt Köpfe umsetzen? Ich glaube, das haben wir zum einen schon gemacht. Ich finde da tatsächlich den Weg, den wir eingeschlagen haben als aktueller Vorstand, sehr gut. Was nicht heißt, dass es vielleicht noch bessere Möglichkeiten gibt, aber wir haben ja alle Einladungen, die wir bekommen, die kommunizieren wir an die Basis, machen so eine Art Ausschreibung, lassen Interessierte, Engagierte, auch Leute mit Hintergrundwissen, also wir rufen alle auf, die meinen, dazu was sagen zu können und stellen die dann sozusagen zur Wahl oder entscheiden dann zwischen denen. Und wir halten, also zum Beispiel, es gab ja diese Einladung damals von den Grünen, ja, mit Tarek Al-Wazir und von dem Grünen Salon, wo die ja irgendwie unbedingt erstmal, nee, das war nicht unbedingt mich, aber das war, die wollten halt schon jemand aus dem Vorstand, da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, wir schreiben das aus. Ja, ich meine, das ist halt so, die Etablierten sind irgendwie sehr auf Titel oder sowas, auf Ämter scharf. Auf jeden Fall wurde es dann die Julia Reda. Wir hatten dann so ein, mit der Heinrich-Böll-Stiftung, da ging es um Lobbyismus, eine Diskussion, da war es tatsächlich so, da wurde ich konkret angesprochen und angefordert und ich habe halt über drei Telefonate mit ein bisschen Abstand erst diese Person dazu gebracht, dann einzusehen, dass wir vielleicht einen Experten dahin schicken sollten und nicht irgendwie nur, weil ich jetzt der Vorsitzende bin. Ja, und das wurde dann der Christoph Erle, ja. Und genau diesen Stil würde ich weiter beibehalten wollen. Also wenn wir als Piraten eine Anfrage bekommen, dass dann eben von der Basis Leute entsandt werden und nicht nur, weil jetzt jemand im Vorstand ist. Okay. Im Vorfeld der Bundestags- und Landtagswahl wird die Presse vermehrt auf den Landesvorstand einstürmen. Welche Erfahrungen hast du mit der Presse und mit Pressarbeit und welche Möglichkeiten siehst du, dich fortzubilden und Angebote für andere Piraten zu schaffen? Also ich hatte schon Kontakt zur Presse mit dem HR, mit FFH, also Radiointerviews hatte ich gegeben, ich hatte Zeitungsinterviews gegeben, ich habe Fernsehinterviews gegeben. Ich hatte da auch ein Interview, das letzte mit RTL Hessen. Kann jeder sich angucken und sich ein Urteil darüber bilden, ob ich da mir einen abgebrochen habe oder nicht. Und ansonsten, ich weiß nicht, wobei es bei den Fortbildungen gehen soll. Also ich würde dann erst mal mir lieber Kritik zurückholen und sagen oder hören, wenn jemand sagt, naja, pass mal auf, da an der Stelle, das kannst du vielleicht anders machen, dann würde ich erst mal das versuchen umzusetzen oder eben, sagen wir mal idealerweise, ich meine, wir sind alles Menschen, wir machen das in unserer Freizeit, wir sind keine all glatt auf PR getrimmten Personen und ich hoffe, das werden wir auch nie werden. Und das gehört dann unter Umständen auch zu mir, es ist halt authentisch. Und wenn ich vielleicht manchmal nicht so auf den Punkt komme, wie vielleicht auch jetzt. Aber wir haben nur knapp eine Stunde hier jetzt um, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ich glaube, so ein bisschen Persönlichkeit ist schon in Ordnung, man muss das nicht alles weg trainieren oder sowas. Okay. Da kommt die nächste Frage, vielleicht dann ist, ich fange mal an, du hast gesagt, du hast ja eben schon gesagt, du wolltest ja gar nicht mehr kandidieren, jetzt wurdest du gebeten zu kandidieren. Deine Tochter möchte nicht, dass du kandidierst, glaube ich. Wie viel Zeit kannst du, kannst du dieses Wahlkampfjahr, wo der Vorstand bestimmt massiv auch von Presse und sowas umringt wird, bist du das, also du bist dir da ganz gewiss, dass du das schaffst? Ich meine. Also ich wundere mich, dass du, also das ist ja wahrscheinlich deine Frage. Nee, nee, die ist schon, also ich habe sie nur so formuliert. Also ich wundere mich, dass diese Frage gerade gekommen ist, wo gerade vorher gefragt wurde, Themen statt Köpfe, also wie ich das umsetzen wollte. Für mich ist der Punkt, ich würde im gleichen Maß, mit dem gleichen Herzblut, das machen wollen wie jetzt. Ich glaube, dass ich nicht unerheblich Zeit für die Piraten investiere, habe, wir sind ein Team. Ja, für mich ist es nicht der Vorstand, der der Presse gegenüber tritt, sondern wir als Piraten. Das stimmt, aber die Anfragen kommen ja bei euch rein in irgendeiner Form. Und es wird doch dann wahrscheinlich schon mehr werden im Wahljahr und vielleicht auch anstrengender. Ja, aber wir haben auch Presse-Team. Wir haben, also wir haben die Möglichkeit, mit Beauftragung zu arbeiten, was mir sowieso auch ein sehr wichtiges Thema ist, dass wir eben Arbeit aus dem Vorstand rausdelegieren. Ja, dass wir Leute, die Spaß an der Arbeit haben, an bestimmten Dingen, dass die sich bewerben können, mit einem klaren Profil und dass die Sachen halt organisiert werden, und zwar von uns allen. Ich finde, wir als Piraten tun uns keinen Gefallen, einen Vorstand vorzuschieben, ganz viel von dem zu erwarten. Der wird das alles richten und wenn er es nicht hingekriegt hat, dann war es der Vorstand. Das ist für mich, hat ein bisschen was, ich sage jetzt mal, was Verantwortungsloses. Ja, das ist für mich auch nicht piratisch, muss ich echt sagen. Sondern für mich sind die Piraten eigentlich wieder Mitmachpartei. Wer, also der Vorstand hätte an der Stelle für mich einfach auch dann die Aufgabe, diese ganzen Anfragen rauszugeben, Leute zu fragen, regional, oder auch Leute, die sich mit Themen besser auskennen, Arbeitskreise, die anzusprechen und denen so Interviews dann zu vermitteln. Und da sehe ich auch vor allen Dingen unsere Presse dann in der entscheidenden Rolle, das ein bisschen mehr zu koordinieren. Okay. Ich habe aus dem Chat einen Auftrag bekommen, dir löblich auf die Schulter zu klopfen. Wofür? Das brauchen Piraten hin und wieder. Nee, das ist im Pad steht das. Danke, danke schön. Ja, habe ich erfüllt. An dich auch. So. Und auch an dich. Oh, ihr habt das ja auch gemacht hier. Guckenkuscheln. Also, dass ihr jetzt hier dazukommt, ist ja auch, ohne euch würde das jetzt hier gar nicht stattfinden. Ja, ist so. Oh, danke schön. Brauchen die Piraten manchmal. Ja. Jetzt läuft die Rot an. Ich brauche auch, ich versuche die ganze Zeit Handzeichen zu geben, kann die mir einen Tee nachfüllen. Da muss ich hier nicht aufstehen. Tee. Dankeschön. Ja, das steht da. Also, wenn sich Freunde von dir mit anderen Piraten streiten sollten, bleibst du dann objektiv? Also, erstmal wieder die Frage, also der Streit, also wenn jemand Streit hat, dann ist das erstmal der Person ihre Sache und nicht meine Sache. Also, ich bin immer noch Individuum genug, um nicht alles, was jemand anderem passiert, so als meinen Streit zu sehen. Wenn mein Freund in dem Fall mich um Hilfe bittet, dann wäre das was anderes. Wenn andere auf mich zukommen, weil sie vielleicht von meinem Freund unverhandelt wurden, dann bin ich durchaus auch in der Lage, meinen Freund zu kritisieren. Und ich erwarte das auch von Freunden, dass wenn ich Mist baue, dass die mich kritisieren. Und an der Stelle spielt das für mich keine Rolle, in welchem Verhältnis man zueinander steht, sondern es kommt immer darauf an, in welcher Rolle ich bin. Wenn ich jetzt in der Rolle des Vorstandes bin, dann habe ich an der Stelle, das spielt Freundschaft keine Rolle. Dann bin ich jetzt erstmal, ich sag jetzt mal, professionell und in einer bestimmten Rolle gebunden. Wenn ich nicht als Vorstand in der Situation dann irgendwie angesprochen werde, dann kommt es auf die Sache drauf an. Aber ich würde jetzt nicht erstmal hergehen, bloß weil man dich jetzt angenommen, wir sind jetzt befreundet, jemand kribbelt sich an, würde ich jetzt nicht erstmal sagen, lass mal die Lava nennen. Schade. Nee, weil ich erwarte, dass du selber in der Lage bist auch zu sagen, dich zu wehren, weil ich finde, in dem Moment, wo ich mich vor dich stelle, schwäche ich deine Position. Weil es nämlich so aussieht, die Lava, die kann sich ja gar nicht wehren, die braucht ja immer den Tumai. Und ich glaube, dass ich dir eigentlich eher einen Bärendienst damit mache. Wenn du aber sagst, hier, pass mal auf, Freundchen, und Tumai, pass mal auf, kannst du mir mal helfen, weil der hier weiß ja geil was, dann bin ich ganz klar dabei. Okay. Was willst du noch mit dem Amt erreichen? Was ich mit dem Amt erreichen will? Ist das jetzt eine Frage auf mich persönlich bezogen oder allgemein? Es ist eine allgemeine Frage. Es ist eine Frage bezogen auf die inhaltliche Arbeit des Vorstandes. Also was letztes Jahr oder diese Amtszeit jetzt betraf, war es für mich wichtig, Ruhe in den Landesverband reinzubekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu ruhig geworden ist. Jetzt heißt es aktivieren. Also sozusagen die erste Periode war jetzt so, Ruhe reinbekommen, um arbeitsfähig zu werden. Jetzt die nächste Periode wäre für mich, diese Arbeitsfähigkeit in Tatkraft zu entfalten. Also zu sagen, hey, wir haben das Thema, das Thema, das Thema, wir haben Opt-out-Day, wir haben Index, wir haben Wahlgesetz, wir haben vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, unsere Bürgerportal-Thematik. Also die Tools, wo wir eigentlich diesen Mitmachcharakter auch in die Bevölkerung reinbringen wollten. Unsere Mandatsträger, die zu reaktivieren, zu vernetzen und deren Tätigkeit, also zum einen die Mandatsträger arbeitsfähiger zu machen, wenn sie es nicht sowieso schon sind, aber die Ergebnisse auch zu transportieren nach außen. Und nicht, dass die so inselmäßig, verstreut alles machen. Ich meine, da hat der Sascha Brandhoff ja schon einige Ideen gehabt. Aber das wäre jetzt sozusagen das, was ich, wenn ich in diese Rolle nochmal käme, da wäre mein Fokus drauf. Also jetzt heißt es aus allen Rohren feuern. Jetzt heißt es Themen kultivieren, die Umsetzung der Themen und zwar wieder aus der Basis heraus. Und das ist nicht meine Aufgabe, jetzt mich hinzusetzen, irgendwelche Konzepte mir auszudenken und der Rest ist dann wirklich so à la Parteisoldat und hat dem zu folgen überhaupt nicht. Sondern dafür haben wir unsere Hessen-Campi, dafür haben wir Arbeitskreise, dafür haben wir jederzeit die Möglichkeit, dass Leute sich spontan zusammenfinden und die Arbeit transparent machen und einladen. Das ist egal, ob das in Südhessen, Nordhessen, Mittelhessen ist. Und das wären für mich jetzt die nächsten Schritte. Okay, dann mal ganz krassen Themawechsel. Wie siehst du das hessische Verhältnis zu den Berliner Piraten? Wieso die Berliner ausgerechnet? Das weiß ich nicht. Das hessische Verhältnis, also ich kann nicht für die Hessen sprechen. Ich glaube, es gibt eine Reihe von Piraten, die sehr gut mit den Berliner Piraten in Kontakt stehen. Es gibt vielleicht auch Piraten, die sagen, Hessen oder Berlin, ist gut, dass sie so weit weg sind. Aber ich kann das nicht so pauschal beantworten. Also ich glaube, das muss jeder für sich selber beantworten, weil, sagen wir mal so, die Berliner haben durchaus einen antreibenden Charakter. Das muss nicht immer gut sein. Aber die haben durchaus sehr kreative Köpfe, die haben sehr gute Ideen auch. Gerade haben wir ja auch jetzt ein Thema Bildung. Da gab es ja auch im Rahmen von Bundesbildungstreffen. Da gab es ja auch Leute, die aus Berlin da waren, die einfach, ich halte die so ein bisschen auch eher so als Revoluzzer. Wohingegen die im Süden, in meinen Augen, eher so ein bisschen konservativer sind. Die Hessen bilden eigentlich so, die sind mittendrin in Deutschland, die bilden so von allen Landesverbänden irgendwie immer irgendwas ab. Und, aber ich würde jetzt kein Verhältnis jetzt pauschal davon ableiten, weil es gibt bestimmte Bereiche, da läuft es super. Aber es gibt genauso Bereiche, da läuft es richtig schlecht. Okay. Wirst du auch andere Stammtische besuchen als deinen eigenen? Habe ich schon. Also, die die Frage unterstellt, so als ob ich nur so irgendwie im Marburg wäre. Ja, der Punkt ist, die Fragen sind ja gesammelt von Stefan, Jürgen und dann jetzt. Okay, also ich sehe mich als auch integrierenden und motivierenden Aspekt. Und natürlich interessiert mich das, was auch auf anderen Stammtischen läuft. und informiere mich da auch. Aber ich werde nicht, also den Anspruch, den ich ursprünglich hatte, nämlich jeden Stammtischen Hessen mal zu besuchen oder besucht zu haben innerhalb dieser Amtszeit, da bin ich gläglich gescheitert. Das werde ich nicht schaffen. Und deswegen, ich kann nur sagen, ich werde auch woanders mal sein, aber bei welchen kann ich jetzt nicht sagen und werde kein Versprechen geben. Das ist, da würde ich lügen. Den Stammtischen habe ich noch eine Frage. Wir hatten letztes Jahr irgendwie das Ding Real-Life-Vorstandssitzungen. Es gab so ein paar Streitigkeiten, irgendwie Mailinglisten, komische Sachen vor der Vorstandswahl. Ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen ein gemeinsamer Wahlkampf auf der Mailingliste. Und dann ging es irgendwie darum, dass man doch Real-Life-Vorstandssitzungen machen wollen würde. Wie stehst du dazu? Also generell, weil das hat ja jetzt in der Zeit zumindest nicht geklappt. Ihr habt doch keine Mailinglisten abgeschaltet, wo ihr euch dann in Pizzerien treffen musstet oder so. Nee. Prinzipiell habe ich da kein Problem mit. Es ist halt, sag mal, es ist halt für alle, die an so einer Real-Life-Vorstandssitzung teilnehmen wollen, natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden, jetzt an einen bestimmten Ort, wenn sie daran teilnehmen wollen, hinzukommen. Das ist eine Hürde. Aber es ist kein Hindernis, also im Sinne von, dass es jetzt irgendwie ein K.O.-Kriterium ist. Also ich bin da, muss ich ehrlich sagen, leidenschaftslos. Also ich habe da kein, wir müssen das unbedingt machen, aber auch gar nicht um Gottes Willen, wir dürfen das nicht machen. Also mir ist wichtig, dass möglichst viele daran teilnehmen können. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen, wo man den Vorstand in der Regel auch komplett trifft. Ja, also Hessen Campus oder auch andere Veranstaltungen, Sommerfest war ja auch, klar gibt es immer mal Momente, wo man einzelne Personen nicht antrifft. Die Frage ist immer was, also warum will man das so? Also wenn es um die Person an sich geht, kann man die durchaus auch einzeln sehen. Wenn es darum geht, mal so eine Vorstandssitzung zu verfolgen, kann man die auch über, wie wir es im Moment haben, Telco. Ansonsten, es gibt zwei Seiten pro, contra, für und dagegen, aber ich habe da jetzt keine Präferenz. Ich würde mich nicht dagegen stellen, wenn alle anderen Vorstände sagen oder Ständler sagen, jetzt lass uns das mal machen. Im Moment sehe ich nicht so den Riesenvorteil drin, wenn wir das jetzt real life machen würden, weil ich den Nachteil auf der Seite derjenigen, die vielleicht daran teilnehmen wollen, für größer hielte. Und es würde vielleicht auch so einen Anspruch erheben, also je nachdem, wo das stattfindet, also wenn es auf neutralem Territorium wäre, also im Sinne von, man würde sich zentral in Hessen treffen und damit möglichst vielen Leuten die Möglichkeit zu geben, daran teilzunehmen, dann würde sich immer irgendjemand ausgeschlossen fühlen. Wir können doch immer noch Telco verwenden, auf den real life Treffen und streamen. Das wäre auch noch, stimmt. Die Möglichkeiten sind ja da. Stimmt, da war ich jetzt. Es ist ja nicht, dass das Hinterzimmer zugeschlossen wird von der Pizzaria. Du hast recht, ich muss gestehen, da habe ich jetzt einfach so ein bisschen sehr begrenzt in meiner Sicht, weil das ginge auch klar. Aber dann, also ich sage mal so, wenn es von der Basis gewünscht wird, sollen die das sagen. Und ich denke, das werden wir dann auch dann entsprechend, dann werden wir eine Lösung finden, das werden wir auch machen. Dann würde es auch bedeuten, dass wir unseren Streamingbeauftragten dann mal wieder bemühen müssen. Es gibt ja mehrere Leute, die streamen können in Hessen. Also so ist es ja nicht. Dann die Streamingbeauftragten müssen wir bemühen und dann, ja. Okay. Wie stehst du zur Stärkung direktdemokratischer Verfassungselemente? Müssen wir haben, ganz klar. Ich meine, das sind die Piraten, oder? Die sind dafür andere drin. Wie stehst du zu einer Umfrage Piraten für mehr oder weniger Staat? Wenn die jemand haben will, soll er die stellen. Aber für mehr oder weniger Staat, das ist so, ich finde es zu pauschal. Also das ist, ich finde man muss wirklich so mit Augenmaß rangehen. Also umso differenzierter, umso besser. Weil es gibt nicht die Antwort auf eine Frage. Es gibt nicht nur eine Frage, es gibt viele Fragen. Und vielleicht bin ich da zu differenziert, keine Ahnung. Aber es gibt gute Gründe zu sagen, weniger Staat an bestimmten Stellen. Es gibt aber genauso gute Gründe mal an bestimmten Stellen zu sagen, es ist wichtig, dass wir den Staat da haben. Und dass es eben nicht total jedem sein Ding ist. Ja. Deine drei größten Fails auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. Vielleicht lassen wir es bei einem. Das hat auch bisher noch keiner zusammengekriegt. Ja. Wir könnten auch Landesebene irgendwie mal rauspicken. Ja, Thomas war Kreisvorsitzender. Kann ich auch was zu sagen, ja. Aber, also ein Fail ist auf jeden Fall die Geschichte mit dem Stammtisch besuchen. Dass ich dem nicht gerecht geworden bin. Das andere ist, ich muss mich mal einen Moment überlegen, dass ich mich anfangs, also ich habe mich zu lange zurückgenommen. Also ich hätte mich früher noch ein bisschen stärker durch einbringen können. Das war ja das, was ich ganz am Anfang mal sagte, warum ich erstmal nicht nochmal kandidieren wollte. Weil ich das Gefühl hatte, politisch kaltgestellt zu sein. Also dass ich mich halt so weit zurückgenommen habe, dass ich eigentlich fast an keiner Diskussion irgendwas zugesagt habe, obwohl es mir vielleicht unter den Fingernägen gebrannt hat. Das habe ich zu lange gemacht. Auf Kreisebene oder auch auf Landesebene noch nur einen Punkt. Ich glaube, wir haben es alle versäumt, die neuen Piraten mitzunehmen. Wir haben zu lange geglaubt, naja, wo Pirat draufsteht, ist Pirat drin. Wir arbeiten mit verdammt vielen Tools. Und wir haben gesehen, wir sind vom letzten Jahr von fast bei um die 900 Mitglieder jetzt auf über 2000 Mitglieder explodiert. Das Mitnehmen der anderen wird für mich entscheidend sein, wie wir das nächste Jahr machen oder die nächste Amtszeit. Weil davon hängt dann die ganze Aktivität ab. Weil sobald sich jemand überfordert fühlt, zieht er sich zurück oder beschränkt sich noch seinen Preis. Und da habe ich definitiv auch zu lange das schleifen lassen. Da habe ich zu sehr gehofft, dass es vielleicht so die einzelnen Kreise dann hinkriegen. Ja, ansonsten, ja, auf Kreisebene. Da rührt vielleicht auch so ein bisschen die, das schließt sich so ein bisschen mit der Einfrage, mit dem Neid und Missgunst auf Mandatsträger. Wir haben, oder ich persönlich habe mit der Kommunalwahl, ich bin zu naiv gewesen. Ich habe jemanden unterstützt, der das machen wollte. Ich hatte ein Bauchgefühl, was mir gesagt hat, nee, aber ich war an der Stelle zu gutgläubig und habe halt jemanden da meine Unterstützung gegeben, was sich im Nachhinein halt eben als, ja, zu naiv gezeigt hat. Weil ich, da hätte ich vielleicht den Mumm haben sollen und vielleicht selber das machen sollen oder jemand anderen vielleicht unterstützen sollen. Das war auf jeden Fall auch, war ich zu naiv. Ansonsten, ja, ansonsten, was ich jetzt, was ich jetzt, drei Fails, zumindest das, was du so bezeichnen würdest. Dann mal als vorletzte spannende Frage, wie stehst du zur Schaffung von Antidiskriminierungsbeaufträten? Das war anscheinend die vorvorletzte? Nee, das hatten wir eigentlich schon, also ungefähr, weil das war ja die Sache mit dem Vertrauenspiraten. Dann soll sich ein LV auch zu Bundesthemen, wie zum Beispiel der Kernkraft, positionieren? Ich finde, wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht im Klein-Klein verlieren, in dieser sogenannten Realpolitik. Wenn jemand es einen Herzenswunsch ist, die Piraten positionieren zu lassen zum Thema Kernkraft, dann soll die Person sich darum kümmern, soll dafür werben und dann soll das ein entsprechender Parteitag beschließen. Also ich bin nicht jemand, also auch nicht in der Rolle des Vorstands, der begrenzt, der sagt, also die Fragen dürft ihr stellen und die Fragen dürft ihr nicht stellen, sondern da sind meines Erachtens die Piraten so offen und sagen, wer was machen will, soll was machen. Natürlich muss sich jeder, der das macht, die Frage gefallen lassen, warum willst du jetzt meine Unterstützung haben? Weil das ist jetzt vielleicht ein Bundesthema und auf der Ebene, auf Landesebene oder im Rahmen eines Landesparteitags kriegst du vielleicht nicht die Unterstützung. Aber erstmal muss jeder für sich selber wissen. Aber wir müssen, finde ich, viel stärker dafür sorgen, die Mitmach, dieses Mitmachen in der Bevölkerung, das zu favorisieren, bevor wir uns wieder im Klein-Klein verlieren. Ich meine, wir sind eigentlich eine IT-getriebene Partei und haben total viel Know-how und dafür haben wir Kinder so wenig leider in der Richtung an Werkzeugen zu mitmachen auf die Reihe. Es gibt einzelne Personen, die das machen, aber wir leben nicht von Einzelkämpfern, wir leben von der Gemeinschaft, von einem Strang ziehen. Und man kann ja durchaus sagen, wir priorisieren das. Erst kommt das eine Thema, dann kommt das nächste und so weiter. Und an der Stelle muss jeder selber wissen. Ja. Wie stehst du zu Burschenschaften? Ach, Burschenschaften. Da habe ich, ich muss gestehen, ich bin da nicht so tief in der Materie drin. Nur das, was ich gehört habe, es gibt unterschiedliche Burschenschaften. Wobei Burschenschaft als sich ist nur für mich eine Überschrift. Eigentlich geht es um Verbindungen. Verbindungen sind in meinen Augen nicht zu unterschätzen hinsichtlich ihrer teilweise auch durchaus fragwürdigen Methoden. Denn die sind nicht unbedingt offen. Die haben ihre teilweise Rituale, um jemanden zu integrieren. Und die haben auch ureigene Interessen. Und das steht in meinen Augen nicht unbedingt immer mit den Pirateninteressen im Einklang. Also, ich sage mal, es gibt, also da muss ich sagen, also ich will ja nicht so viel darüber sagen, weil ich einfach glaube nicht die Kompetenz besitze, das in Gänze zu überblicken. Aber was ich bisher gesagt habe, das ist so, das ist mein Eindruck. Also ich finde es kritisch. Man muss es sehr gut sich angucken, um was es da sich dreht und wie jemand, der da drin ist, auch umgeht mit. Okay. Und welche Zukunft wünschst du dir für die Partei? Ich wünsche mir, dass wir es schaffen, wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen und Politik vor allem zu machen, nicht über Politik zu reden. Also die Diskussion, also das Reden ist wichtig, also Dinge identifizieren, analysieren, nach Lösungen suchen, die dann auch miteinander oder gegeneinander abwägen, sachlich, aber dann machen, umsetzen. Ja, und wir müssen unsere Themen viel besser auch kommunizieren. Also das ist auch ein ganz, ganz großes Manko, was wir haben. Wir sind eigentlich so ein kleiner Insiderhaufen, habe ich manchmal das Gefühl. Die, die länger dabei sind, die sind mit vielen Themen irgendwie schon so vertraut, dass sie sehr viel den anderen voraussetzen. Und wir nehmen dann manchmal nicht die Leute mit. Und also dieses, wirklich dieses, dass das Soziale wieder ein bisschen stärker in den Vordergrund rückt und, ja, und wir für eine gemeinsame Sache streiten. Weil, das war mein Eindruck, damit sind wir eigentlich mal angetreten. Jetzt habe ich es gewissen, oder? Ach, ich weiß es nicht, wenn wir das zusammenschneiden, kommt es bestimmt auf eine Stunde zwölf. Zwei Fragen. Was ist das? Das war noch ein Fail. Aber ansonsten, ja, tu mal, vielen Dank. Hast du noch ein abschließendes Wort, was du jetzt so noch an die Allgemeinheit richten möchtest? Also ich möchte, dass man euch, eure Mühen, die ihr hier auf euch genommen habt, dankt. Weil ich glaube, dass die Allgemeinheit davon profitiert, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt und denen die Möglichkeit gegeben habt, jetzt einfach auch von zu Hause aus entspannt vielleicht sich das anzuschauen, wenn sie nicht in den ersten Sekunden so wieder abgedreht haben. Und ansonsten, ja, ich wünsche mir halt, dass wir wirklich, also jeder muss für sich die Entscheidung treffen, die er glaubt für sich, dass es die Besten sind und sich nicht so sehr von Gerüchten leiten lassen. Und wenn man was wissen will, soll man zur Quelle gehen, also direkt Leute ansprechen und fragen, wenn man irgendwann unsicher ist. Ja, ansonsten, glaube ich, sind wir ein recht sympathischer Haufen, so, die Piraten, meinst du jetzt? Und beißen nicht, meistens nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt ein viertelstündchen Pause, wir räumen vielleicht um, ich weiß nicht, wie das hier zu sehen ist. Und dann machen wir weiter. Okay, danke euch nochmal. Bitte, bitte. Danke dir.